Die Antrittsreferenzanlage in Lüttich, Belgien, wird 24 Stunden, 7 Tage im vollautomatischen Dauerbetrieb gefahren. Nach erfolgreicher Filtration wird die Filterkuchenentleerung vollautomatisch gestartet. Prozessparameter können einfach über die Bedienoberfläche eingestellt und geändert werden. Die Entleerung des Filterkuchens beginnt mit der Öffnung der Schwenkbleche. Die Filterplatten bewegen sich vollautomatisch durch den Plattentransport. Bei nur teilweise Kuchenentleerung oder nicht kompletter Entleerung schabt die Schabevorrichtung den verbleibenden Filterkuchen vollautomatisch ab. Die Schabevorrichtung entfernt Filterkuchenreste auf Vorder- und Rückseite des Filtertuches. Der Schabeprozess wird durch Sensoren gesteuert und überwacht. Die Anlage im vollautomatischen Modus betrieben erfordert keine Anwesenheit des Bedienpersonals. Durch die Auslegung der Anlage auf den vollautomatischen Dauerbetrieb inklusive des Kuchenaustrags ist auch nachts kein Bedienpersonal erforderlich. Vernetzte mobile Endgeräte ermöglichen den Datenzugriff sowie die Steuerung der Maschine. Als ergänzendes Modul ist eine Waschvorrichtung für die Filtertücher installiert. Die Waschvorrichtung der Filtertücher sichert einen konstant hohen Durchsatz und beste Entwässerungsergebnisse. Ebenfalls wird hierdurch die Lebensdauer der Filtertücher verlängert. Die Hochdruckreinigung der Filtertücher mit Wasser beginnt. Die Reinigung wird mit einem Wasserdruck von bis zu 100 Bar durchgeführt. Filterplatte wird individuell gereinigt. Die installierten Bürsten dienen als Spritschutz.